Wilhelm Leuschner war ein deutscher Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker, der gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Leben Wilhelm Leuschner wurde am 15. Juni 1890 als Karl Friedrich Wilhelm dem Dehler im ersten Stock des Hauses Moritzhöfen 25 in Bayreuth geboren. Seine Mutter war Marie Dehler, sein Vater Wilhelm dem Leuschner war Werkmeister in einer nahegelegenen Ofenfabrik. Im März 1899 wurde er, nach der Heirat seiner Eltern, als eheliches Kind im städtischen Standesamtsregister eingetragen und trug fortan den Nachnamen seines Vaters. 1904 begann er eine Lehre als Holzbildhauer, nach deren Abschluss 1907 er in die Gewerkschaft eintrat. Anschließend ging er im Juli 1907 auf Wanderschaft, arbeitete U.A. in Leipzig und gelangte anlässlich der Jugendstilausstellung 1908 nach Darmstadt, wo er in der Hofmöbelfabrik Ludwig Alter arbeitete. 1909 ging er nach Bayreuth zurück und studierte von Oktober 1909 bis März 1910 an der Königlichen Kunstgewerbeschule Nürnberg. Im Sommer 1911 heiratete er in Darmstadt Elisabeth Batz und hatte zwei Kinder mit ihr. Er arbeitete ab 1911 als Holzbildhauer bei der international tätigen Möbelfabrik Glückart. Wilhelm Leuschner war seit dem 7. Februar 1923 Mitglied der Freimaurer Loge Johannes der Evangelist zur Eintracht in Darmstadt. 1909 wurde er Bezirksleiter des Darmstädter Bezirkshauerverbandes. 1913 trat er in die SPD ein und engagierte sich weiter in der Gewerkschaft. 1916 musste er während des Ersten Weltkrieges als Soldat an die Ostfront, später auch in den Westen. 1919 wurde er Stadtverordneter und Vorsitzender der Darmstädter Gewerkschaften und zog 1924 als SPD-Abgeordneter in den Landtag des Volksstaates Hessen ein. 1927 fungierte er als ein Vertreter der Arbeitnehmerinteressen im Verwaltungsrat der neu gegründeten Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 1928 wurde er Innenminister des Volksstaates Hessen. Leuschner, der zuvor in der SPD-Landtagsfraktion als Polizeiexperte galt, exponierte sich dabei als Verteidiger der demokratischen Verfassung. Zu seinen engsten Mitarbeitern im Ministerium zählten Ludwig Schwamp und Carlo Mierendorf. Er war entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Nachdem er die Veröffentlichung der Boxheimer-Dokumente von dem NSDAP-Abgeordneten Werner Best verfasste Pläne zur Machtergreifung veranlasst hatte, wurde dieser zu einem persönlichen Feind und Leuschner einer der meistgehassten Gegner der Nationalsozialisten. Die Boxheimer-Dokumente ließen die beabsichtigte Errichtung eines Terrorregimes deutlich erkennen, Sie zeigten an, dass der Legalitätskurs der Nationalsozialisten bloße Fassade war. Leuschner legte das Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens vor, dass in Hessen die rassistische Verfolgung der Sinti und Roma in Unterscheidung zur Verfolgung von Landfahrern regelte und zur Vorgeschichte der systematischen Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus zählt. Es wurde 1929 verabschiedet. Verfolgung im Januar 1933 wurde Leuschner in den Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt. Zum 1. April gab Leuschner nach der nationalsozialistischen Machtübernahme von den Nazis zum Rücktritt gezwungen. Sein Amt als hessischer Innenminister auf. Leuschner beteiligte sich in den ersten Monaten des nationalsozialistischen Regimes an konspirativen Überlegungen zur Bildung einer Einheitsgewerkschaft Pläne, an denen unter anderem auch Jakob Kaiser mitwirkte, die sich aber nicht realisieren ließen. Da er als faktischer Gewerkschaftsführer standhaft die von Robert Leih gewünschte Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten verweigerte, kam es im Mai desselben Jahres zu seiner Inhaftierung. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen. Im Juni 1933 wurde er erneut inhaftiert, misshandelt und ein Jahr lang in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefangen gehalten. Darunter im Imslandlager Börgamoor. Widerstand ihr wesentliches Ziel, nämlich die Beugung der Persönlichkeit, erreichten die Nationalsozialisten jedoch nicht. Schon bald nachdem Leuschner im Juni 1934 aus dem Konzentrationslager entlassen worden war, begann er mit dem Aufbau eines Widerstandsnetzwerks. Er übernahm 1936 von Ernst Schneppenhorst die Leitung einer kleinen Fabrikationsstätte zur Produktion von Bier-Schwang-Kutensilien, die bald zur Schaltzentrale der illegalen Reichsleitung der deutschen Gewerkschaften wurde. In dieser Zeit wurde Hermann Maas einer seiner engsten Mitarbeiter. Leuschner kämpfte aktiv in gewerkschaftsnahen Widerstandsgruppen und unterhielt Kontakte zum Kreisauer Kreis und ab 1939 auch zur Widerstandsgruppe. Von Karl Friedrich Gördeler. Innerhalb dieses heterogenen Kreises galt Leuschner als Repräsentant der Gewerkschaften, also einer Massenbasis, und zugleich als Streiter gegen die Etablierung einer ständestaatlichen Ordnung nach der angestrebten Überwindung des nationalsozialistischen Regimes. Nach dem geplanten Putsch gegen Hitler sollte Leuschner im Schattenkabinett Beck-Gördeler möglicherweise Vizekanzler werden. Der nationalkonservative Graf von Stauffenberg, der das Attentat auf Hitler durchführte, soll persönlich sogar Leuschner gegenüber Gördeler als Kanzler favorisiert haben. Das Attentat vom 20. Juli 1944 und der Umsturzversuch scheiterten jedoch. Leuschner stellte sich am 16. August 1944, nachdem die Nationalsozialisten seine Ehefrau als Geisel festgenommen hatten. Er wurde danach vom Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler zum Tode verurteilt. Am 29. September 1944 wurde Wilhelm Leuschner im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. Zum Gedenken an Wilhelm Leuschner. Nach Leuschner ist seit 1964 die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, benannt. Der Nordabschnitt des ehemaligen Elisabeth-Ufers in Berlin-Kreuzberg trägt seit dem 31. Juli 1947 den Namen Leuschner-Damm. Dort befindet sich eine Gedenkstähle mit der Büste von Leuschner, während wenige Meter davon entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des einstigen luisenstädtischen Kanals, dem Legiendamm, eine Stähle mit Büste zu Ehren von Karl Legienstedt. 1998 wurde in der Justizvollzugsanstalt Marienschloss, wo Leuschner von Juli bis November 1933 inhaftiert war. Das Wilhelm-Leuschner-Gedächtniszimmer eingerichtet, das eine kleine Dokumentation zu Person und Wirken enthält. Die Gedenkstätte ist allerdings wegen der weitergehenden Verwendung der Institution als Jugendstrafanstalt nur schwer zugänglich. Im Geburtshaus Wilhelm Leuschners in Bayreuth besteht seit dem Jahr 2003 eine Gedenkstätte. Dort war auch der Sitz der Wilhelm-Leuschner-Stiftung, die die Ausstellung im Haus maßgeblich inhaltlich konzipiert hat. Sie hat seit 2012 ihren Sitz im Wilhelm-Leuschner-Zentrum Bayreuth in der Herderstraße 29, wenige Meter von der Gedenkstätte entfernt und bietet pädagogische Arbeit vor allem für Schulklassen aus dem In- und Ausland an. Weiterhin verwahrt sie den Nachlass Leuschners und bearbeitet ihn wissenschaftlich. Eine Archivausstellung im Zentrum dient der Bildungsarbeit. Die Stiftung betreibt eine Website zum Leben und Wirken Leuschners. Zahlreiche Schulen, Straßen und Plätze sind nach Leuschner benannt. Siehe auch Widerstand gegen den Nationalsozialismus.